Spannende Unterhaltung wünschen Ihnen die Pflegedienste Lifeline. Wir, die Pflegedienste Lifeline, sind mit über 300 Mitarbeitern ein modernes und soziales Pflegedienstunternehmen, das seit dem Jahr 2000 Kinder und Erwachsene bahnweit pflegt. Bei den ambulanten Pflegediensten in Simbach-Landau und auf Kirchenvils arbeiten examinierte Fachkräfte und Altenpflegekräfte, die die Grund- und Behandlungspflege durchführen. Gemäß unserem Leitbild, wir nehmen die individuellen Wünsche des Menschen wahr und fördern mit unserer Pflegekompetenz seine körperlichen, geistigen und seelischen Fähigkeiten. Neben der ambulanten Intensivpflege haben wir seit 2011 eine Wohngruppe für beatmende Patienten in Taufkirchenvils eröffnet. Um den Anforderungen des Gesetzgebers gerecht zu werden, werden unsere Mitarbeiter in unserer eigenen Akademie laufend geschult. Auch soziale Projekte werden von Lifeline unterstützt. Eines davon ist der Bürgerbus für die Gemeinde Simbach. Pflegedienste Lifeline – wir sind für Sie unterwegs. Neugierig geworden? Dann rufen Sie uns an oder kommen Sie auf ein kostenloses Informationsgespräch vorbei. Bei mir noch mal wieder auf! Bye-bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020